Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Direkt von der Arbeit, eigentlich wollte ich jetzt in den Stream reingehen, das ist auch schon mal die offizielle Einladung. Ihr werdet auch kein Gameplay im Hintergrund sehen, sondern ich habe ein, ich glaube, 40 Minuten Stream-Highlight-Video für euch vor ein paar Wochen hochgeladen, als es um den Activision-Skandal ging. Sprich, bei der Tochtergesellschaft sozusagen, Blizzard, gab es ja den Vorfall, dass eine Mitarbeiterin sich das Leben genommen hat in den USA, weil sie von Kolleginnen, Angestellten von Blizzard in diesem kleinen Studio von ihrem Vorgesetzten im Hotel sexuell missbraucht wurde und dann von ihr heimlich danach Nacktbilder und Aufnahmen gemacht worden sind und diese Aufnahmen von den Blizzard-Mitarbeitern auf einer gemeinsamen Feier dargestellt worden sind. Das heißt, diese Frau hat sich damals im Alter von jünger als ich, glaube ich sogar, das Leben genommen, weil sie mit der Schande und mit all dem, was sie da seelisch allein musste, nicht mehr zurechtkam. Damals ging dieser ganze Skandal endlich über eine öffentliche Anstalt und eine öffentliche Anklage in die weite Welt hinein und ich habe euch damals gesagt, wenn da neue Dinge dazu kommen, wenn es da neue Entwicklungen gibt oder oder, werde ich darüber berichten und das mache ich heute. Wichtig für mich, wenn ihr darüber diskutieren wollt, macht es in den Kommentaren fair. Bitte unterlasst auch untereinander diese Aufforderung, jetzt musst du es boykottieren, du musst es nicht boykottieren. Jeder, der sich das anschaut, hat die Möglichkeit für sich selber zu entscheiden, ob er Activision, die jetzt noch mehr im Fokus stehen, Bobby Kotick ist jetzt hier die Hauptperson, das ist gestern erst rausgekommen, heute geht es weiter, oder andere Personen dort, die verantwortlich sind, ob ihr die Franchise Call of Duty, ob ihr andere Games, Overwatch, World of Warcraft oder sonst was, ob ihr die Sachen boykottieren wollt oder nicht. Es gibt Pro und Contra, das ist ein bisschen wie beim Thema Impfpflicht und ich will gar nicht mit Corona oder so anfangen, aber auch da ist es so, ich persönlich kann es nur kurz zum Abschluss zu dem Thema sagen, ich bin geimpft und bin trotzdem gegen eine Impfpflicht für alle Menschen. Das ist aber ein leidiges Thema, also diskutiert in den Kommentaren gerne darüber, ich werde euch alles berichten, was es Neues gibt und ihr werdet unten in der Videobeschreibung auch alle Links bekommen, aus denen die Infos kommen, so dass ihr euch selber ein Bild machen könnt. Ich sage euch nur, Seriosität der Quelle, wo der ursprüngliche Bericht vom 17. oder 16. kam, ist das Wall Street Journal. Das Wall Street Journal ist höchstwahrscheinlich neben der New York Times eine der seriösesten Zeitungen der Welt, da kann man also davon ausgehen, dass das stimmt und jetzt gibt es eben noch ein paar neue Quellen, die neue Hinweise liefern. Kurz zur Hintergrundstory. Im Juli 2021 hat eine staatliche Behörde gegen Activision Blizzard, nicht Activision an sich, aber Activision Blizzard gehört natürlich dazu, Anklage erhoben. Da ging es um die Vorfälle von Sexismus in den Studios und der Selbstmord dieser jungen Frau war ja sozusagen nur der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Es ging bis heute 500 Beschwerden, Meldungen, Anzeigen und Sonstiges ein, vor Gericht von Mitarbeiterinnen und ehemaligen Mitarbeiterinnen, die sich durch diese Welle jetzt endlich trauen und endlich den Mut fassen konnten, darüber zu sprechen. Und bisher war es so, dass die Unternehmenspolitik von Activision, vor allen Dingen Bobby Kotick, der Chair of Board ist und CEO von Activision, der über sich im Prinzip nur noch den Vorstand hat. Da war das gesamte Krisenmanagement, und das ist es da, grotesk schlecht. Ubisoft hat diese ganze Thematik mit Sexismus und mangelndem Respekt vor Frauen und Arbeitsplätzen und Gleichberechtigung, Bezahlung gerade hinter sich, da fängt das anscheinend auch wieder an. Es scheint also in den Entwicklerstudios, in der Gaming-Industrie generell auf der Welt riesige Probleme zu geben. Und Bobby Kotick war bisher aber der, der als Headchef von Activision und auch im Prinzip Begründer, Erfinder und Implementierer von SBMM, SGBS Matchmaking, sowieso im Fokus stand und hat sich da bisher wunderbar rausgezogen. Hat gesagt in den ganzen öffentlichen Pressemitteilungen, wir von Activision verurteilen das alles und wir tun seit Jahren so viel dafür, dass hier alles fair läuft, dass Frauen gut behandelt werden, dass alle gleich bezahlt werden. Jetzt ist es so, dass Bobby Kotick mitten im Schlagfeuer ist, seit gestern. Dazu haben drei Dinge im Prinzip geführt. A. Das Wall Street Journal hat einen Bericht veröffentlicht, in dem dargelegt wird, dass Bobby Kotick über mehrere hundert sexuelle Übergriffe bei Activision, bei Activision Blizzard, bei den anderen Studios, bei Slashhammer Games Bescheid wusste. Der Co-Chef von Treyarch, Bunting, also Dave Bunting, war auch lange Zeit für den Zombie-Modus allein verantwortlich, hauptverantwortlich, ist 2017 über eine Untergebene, also Angestellte, drüber gerutscht, hätte ich fast gesagt. Was total bescheuert ist, ich weiß ja, ich cut es aber nicht, ich will, dass es im Fluss bleibt, das ist natürlich Quatsch, Entschuldigung. Er hat eine Mitarbeiterin vergewaltigt im Jahr 2017. Das hat diese bis zu Bobby Kotick hochgebracht, der ihr gesagt hat, sie hat den Mund zu halten, das ist kein Problem, erklärt das schon. Dave Bunting ist bis 2019 am Ende des Tages dann auch verschont geblieben. Das hat Bobby Kotick so durchgesetzt, weil er gesagt hat, ich brauche den, den Schaden, den er angerichtet hat, das werden wir außergerichtlich regeln. Das heißt, da gab es irgendwann eine außergerichtliche Regelung, warum auch immer diese Frau dem zugestimmt hat, vielleicht hatte sie nur mangelnde Beweise oder uns steht nicht zu, darüber zu urteilen, warum Frauen, denen sowas passiert, den will ich einschlagen oder den will ich einschlagen. Dave Bunting ist mittlerweile als Vize-Chef von Treyarch abgetreten und ist nicht mehr weiter Vize-Chef von Treyarch. Und der Wall Street Journal, der Report, hat jetzt eben all diese Sachen ans Licht gebracht. Der Druck auf Bobby Kotick wird immer größer. Ich habe hier noch einen schönen Artikel, den zeige ich euch einmal auch kurz mit. Dann könnt ihr da mit reingucken. Das machen wir so alles ein bisschen live. Es gibt eine Gruppe von Shareholdern. Activision hat ja verschiedene Shareholder. Das heißt Investoren sozusagen. Da gibt es ja auch jedes Mal im Quartal einen Investorenbericht. die Geld in das Unternehmen pumpen, damit sie da Revenue, also im Prinzip mehr Geld, als sie reinpumpen, wollen sie am Ende des Tages, ganz einfach gesagt, auch wieder rausholen, weil sie anteilig an den Gewinnen beteiligt werden und, und, und. Da hat sich eine Gruppe, eine kleine Gruppe aktuell von Shareholdern zusammengesetzt und haben den Rücktritt von Bobby Kotick verlangt. Den Artikel werde ich euch auch unten verlinken. Das könnt ihr euch alles durchlesen. Das ist Englisch. 99% von euch werden es trotzdem verstehen können. Ansonsten kommt in den Stream. Ich kann euch ein bisschen was übersetzen. Gar kein Problem. Grundsätzlich ist es wichtig zu sagen, das Ganze ging über die Washington Post. Activision Blizzard braucht einen neuen Vorstandschef, einen neuen Boardchef und einen unabhängigen Führungsdirektor, die endlich beweisen, dass ein so großes Unternehmen in der Lage ist, Menschen gleich zu behandeln, fair zu behandeln und solche Probleme, wie sie da seit Jahren bestehen, endlich anzugehen. Das ist das allererste Mal, dass Bobby Kotick aktiv angezählt wird. Der Vorstand, besetzt mit den besten Freunden von Bobby Kotick, hat hier mittlerweile aber schon ein super schnelles Statement gegeben und gesagt, wir sehen den Sinn gar nicht, Bobby Kotick von unserer Pflicht oder von seiner Pflicht zu entlassen. Das heißt, man weiß, dass Bobby Kotick über Jahre jetzt schon wusste, dass sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung, Unterdrückung, sexueller Missbrauch an der Tagesordnung war, bei den verschiedenen Studios, auch bei Sledgehammer, bei Treyarch. Wir haben es überall mittlerweile gehabt und soll trotzdem noch im Amt bleiben. Weiter geht es in dem Report vom Wall Street Journal, den könnt ihr euch ja auch öffentlich durchgucken. 2006 hat Bobby Kotick, nachdem dort eine Mitarbeiterin, da war er noch nicht Boardchef von Activision, war aber schon da, hat eine Mitarbeiterin eine Beschwerde bei ihm eingelegt, dass sie eben sexuell angegangen wurde, begrapscht worden, irgendwie an die Brüste gefasst, an den Hintern, ich weiß nicht genau was. Und er hat zu ihr gesagt, sollte sie darüber öffentlich sprechen oder der Auffassung sein, dass das irgendeiner erfahren muss, wird er einfach dafür sorgen, dass sie umgebracht wird. Dafür hat er sich öffentlich jetzt vor kurzem entschuldigt und meint, ja, das war ein bisschen übertrieben und, und, und. Und auch da gab es am Ende des Tages eine außergerichtliche Einigung zwischen Activision an sich und dieser ehemaligen Mitarbeiterin. Activision hat vor wenigen Wochen eine Mitarbeiterin zur stellvertretenden Vizechefin gemacht, die einen Tag später von ihrem Amt freiwillig zurückgetreten ist, mit der Aussage, ich kann und werde in diesem Unternehmen nicht mehr arbeiten. Das heißt, Bobby Kotick als Hassfigur von uns Gaymann, kann man ja schon sagen, scheint über Jahre diese Misswirtschaft dort, diese untermenschlichen oder, 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 wie auch immer man es nennen möchte, Zustände akzeptiert, hat darüber gewusst, hat sie verschwiegen und hat aktiv dafür gesorgt, dass das nicht ans Licht kommt. Jetzt ist es eben soweit, dass auch einzelne Studios die letzten Tage sich selber organisiert haben bei Activision und den Arbeitstag einfach beendet haben. Das heißt, die Mitarbeiter haben sich organisiert und sind geschlossen aus den Büros und haben die Arbeit niedergelegt, mit der Forderung, dass Bobby Kotick entlassen wird. Ich glaube nicht, dass er noch lange in seinem Amt zu halten ist, um diesen Schnitt zur Gaming-Szene einmal zu bringen. Glaubt nicht, dass deswegen Skill-Based Matchmaking verschwindet. Und warum ich am Anfang gesagt habe, dass ich euch bitten würde, genau zu überlegen, will ich es jetzt boykottieren? Möchte ich kein Call of Duty mehr spielen oder kein World of Warcraft oder Overwatch oder sowas? Das Ganze hat viel mehr Facetten als, ich mache das jetzt nicht mehr und dann geht er pleite. Bobby Kotick hat die letzten zehn Jahre, weiß ich nicht, einen neunstelligen Betrag verdient und hat jetzt dieses Jahr freiwillig, nachdem er den Bonus erhalten hat, auf sein Gehalt verzichtet. Also Bonus, weiß ich nicht, 50 Millionen Dollar oder 100 Millionen Dollar und Gehalt 800.000 Dollar. Da hat er dann drauf verzichtet. Sehr nett von ihm, das auf jeden Fall. Das muss man ihm anrechnen, ganz stark. Also alle Probleme gelöst damit. Egal, was ihr tut. Wenn ihr es boykottiert, werdet ihr nicht die drei, vier oberen bei Activision treffen. Deren Geldbeute sind so tief gefüllt, dass es für die völlig egal ist. Jetzt in United Kingdom, in England, 44 Prozent weniger Sales oder weniger Verkäufe, weniger Verkaufserlös mit Wellengard als mit anderen CODs vorher, das interessiert die in Scheißdreck. Das interessiert gar keinen. Vor zwei Jahren hatte Activision ein absolutes Rekordjahr und haben im selben Jahr 17 Prozent der Mitarbeiter gekündigt. Was meint ihr, was die mit den normalen Mitarbeitern, die nicht steinreich sind, machen, wenn die Verkaufszahlen plötzlich dramatisch nach unten gehen? Natürlich kann man deswegen nicht so einen Teufel und so ein Unternehmen einfach ignorieren und sagen, die armen Mitarbeiter ist auch schwierig. Das ist eine Entscheidung, die jeder von euch für sich selber treffen muss. Supporte ich die Entwickler? Supporte ich den Publisher? Also Activision an sich, Treyarch, Sledgehammer, Infinity Ward, das sind ja nur die Entwickler. Will ich damit riskieren, dass ich einen Teil dazu beitrage, dass es weiterhin schlimm bleibt? Und, und, und. Das ist eine ewig lange Diskussion. Da muss jeder für sich seinen eigenen Schluss finden. Wenn ich in die Zukunft gucken müsste, würde ich jetzt behaupten, dass Bobby Kotick in den nächsten fünf bis sechs Tagen von seinem Amt zurücktritt und die gesamte Chefetage bei Activision erst einmal neu besetzt wird. Man wird natürlich achten müssen, wer besetzt das Ganze? Ist das ein bisschen wie in Österreich, wo der beste Vertraute vom Bundeskanzler Kurz plötzlich der neue Bundeskanzler wird? Ist es bei Activision auch so, dass Bobby Kotick sich seinen Nachfolger fast aussucht und niemanden da reinsetzt, mit dem er auch bestens kann? Oder erfährt diese ganze Unternehmenskultur ein komplettes Clean-up, damit Männer, Frauen, egal, schwarz, weiß, groß, klein, endlich faire Bezahlung bekommen, faire Behandlung und damit Frauen sich dort nicht weiter fühlen müssen wie Vieh. Weil letzten Endes werden die seit Jahren dort bei Activision, bei Activision Blizzard, auch bei den Game-Entwicklern von COD zum Teil so behandelt. Natürlich nicht alle und nicht jeder Mann dort ist ein Schwein, aber anscheinend sehr, sehr viele oder weil es mehr als einer ist, schon mal zu viele auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr könnt mir in Infos was anfangen. Ich wollte euch gerne darüber berichten. Deswegen heute mal außerhalb der normalen Gaming-Videos. Für mich ist das Thema wichtig, für mich ist es wichtig, darüber zu sprechen. Ich liebe die Franchise, ich hasse Bobby Kotick, ich hasse, was dort passiert. Ich kann es nur immer wieder einfordern. Respekt vor Männern, vor Frauen, vor Schwarzen, Weißen, Chinesen, Deutschen, Türken, ist völlig egal, es sind alles Menschen. Am Ende des Tages wollen wir alle frische Luft atmen, abends was zu essen haben und irgendwie glücklich einschlafen. Deswegen kann ich nur hoffen, dass dort sehr, sehr viel passiert. Es wird jetzt auf jeden Fall richtig heiß werden. und versprochen wie beim ersten Mal, ich werde euch informieren, wenn neue Sachen dazukommen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like da. Natürlich nicht für das Thema an sich, sondern vielleicht dafür, dass ihr es jetzt irgendwie erfahren habt. Und ein kleiner letzter Wunsch und ich weiß, das wird sowieso keiner zuhören. Es wäre schön, wenn all die anderen Creator, die auch auf YouTube und Twitch unterwegs sind, vielleicht endlich auch zu so einem Thema mal den Mund aufmachen und nicht in einer geheimen kleinen Instagram-Story sagen, nö, das finde ich alles doof, weil am Ende sind wir nicht mitverantwortlich, aber einer von vielen Steinen, der dazu beitragen kann, dass sich etwas ändert. Wenn aber Creator, weil sie Angst um ihr Portemonnaie haben, den Mund nicht aufmachen, kann ich nur sagen, ab in die Tolle damit. Ich bin raus, Jungs. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.